Ahoi Leute und herzlich willkommen zu Durchgezockt 2021 Teil 1. In diesem Video werde ich euch alle Spiele präsentieren, die ich im ersten Halbjahr 2021 durchgezockt habe. Ein paar sind da zusammengekommen. Alle Spiele, die ich an sich gezockt habe, das würde echt zu lange dauern, weil ich ja wirklich irgendwie andauernd irgendwas anzocke. Aber diese Dinge habe ich wirklich durchgespielt, zum Teil auch mit Platin-Trophäen. Und draußen sind, ich weiß nicht, geschätzt 35 Grad. Ich öle wie ein Schwein. Also wenn ich hier ein bisschen fertig aussehe, dann liegt es daran. Und deswegen beeile ich mich auch, weil ich mache das heute nicht so ausführlich wie sonst. Ich teaser mal jedes Spiel an, sage meine Meinung dazu und auf geht die Reise. Das erste Spiel, was ich dieses Jahr durchgezockt habe, ist Cyberpunk 2077. Ist zwar die PS4-Version, aber ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Von daher kann ich auch nicht großartig von irgendwelchen Performance-Problemen berichten. Bei mir lief eigentlich alles ganz gut soweit. Ist ein Titel, der mir vom Setting her sehr gut gefällt. Diese ganze Cyberpunk-Geschichte, Blade Runner-Style, futuristisch, finde ich eigentlich extremst gut. Sci-Fi-lastig. Was mich im Vorfeld natürlich abgeschreckt hat, ist, dass es von CD Projekt Red ist. Das sind die Witcher-Macher und ich kann halt mit Rollenspielen nichts anfangen. Und ich hatte echt große Befürchtungen, dass das Ding komplett rollenspiellastig, tausend Dialoge, die man sich anhören muss und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. The Witcher fand ich richtig scheiße. Das ist kein schlechtes Spiel für Leute, die auf Rollenspiele stehen, aber einer, der Rollenspiele scheiße findet, so wie ich, und da bin ich ein extremer Scheißefinder, der kann da nichts mit anfangen. Zum Glück ist das bei Cyberpunk ein bisschen anders. Da liegt der Fokus wirklich auf Action. Selbst die Story-Elemente haben mich dazu bewegt, mir das auch alles anzuhören. Die Romanze mit Panem fand ich richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Ich habe hauptsächlich natürlich nur die Story durchgerubbt. Die ganzen Sidequests habe ich nur zum Teil gemacht. Bei anderen Spielen ist das anders. Da bleibe ich ja an jedem Map-Marker hängen und muss alles machen. Das war bei Cyberpunk nicht so. Wie gesagt, nur die Story gespielt, hat mir trotzdem ganz gut gefallen und auf der Playstation lief es auch einwandfrei. Hier und da ist es mal abgestürzt, aber das habe ich bei anderen Playstation 5 Spielen auch. Der zweite Titel, diesmal für die Playstation 5, ist Pathless. Ein super stylisches Explorem-Up, wenn man es mal so taufen möchte. Hatte ich vorher nicht wirklich auf dem Zettel, hatte mir das dann einfach blind bestellt. Das Ding hat einen super Look, lässt sich super spielen, ist auch wirklich schnell durchzuspielen. Ein super kleiner, charmanter Titel, der mir für zwischendurch extrem viel Spaß gebracht hat. Auch die Partikel- und Lichteffekte funktionieren richtig gut. Wer für zwischendurch mal einen Titel sucht, der sollte das unbedingt mal anchecken. Gibt es glaube ich auch für die Playstation 4. Ich habe es für die Playstation 5 gespielt. Ein richtig stylischer Titel. Der nächste Playstation 5 Titel, Immortals Fenyx Rising. Also das Ding habe ich platiniert. Ich habe alles in dem Spiel gemacht. Auch wenn man dem Spiel natürlich vorwerfen muss, dass es schon ein relativ deutlicher Zelda-Klon ist. Aber das muss ja nichts Schlimmes sein. Zelda ist ein geiles Spiel und Ubisoft schafft es in diesem Spiel schon ganz gut, den Spirit einzufangen. Es hat natürlich an keiner Stelle den Flair von Zelda Breath of the Wild. Aber ich glaube, das versucht man hier auch gar nicht zu erreichen. Das spielt alles in der griechischen Mythologie. Die Map ist riesengroß. Man kann tausend Sachen aufsammeln, tausend Gegner klein hacken. Mir hat es extremst Bock gebracht. Wie gesagt, die Platin gemacht, komplett durchgespielt. Die ganzen DLCs habe ich mir nicht angeguckt. Aber ich hatte extrem Spaß mit diesem Titel und für einen der ersten Playstation 5 Titel war das Ding wirklich in Ordnung. Und weiter geht es auf der Playstation 5. Sackboy, A Big Adventure. Klassisches Jump'n'Run. Super knuffig inszeniert. Hat hier und da auch mal ein paar Rhythmuslevel, sprich, dass der ganze Level irgendwie von der Hintergrundmusik begleitet wird und alles sich dazu bewegt. Hat einen relativ großen Umfang. Alles ist super designed, super knuffig, lässt sich richtig flutschig spielen. Man kann innerhalb der Level auch wieder allen möglichen Kram sammeln. Das habe ich nicht komplett gemacht. In den ersten drei Welten habe ich, glaube ich, alles komplettiert. Ein absolut solider Titel, der technisch komplett funktioniert. Wer auf diesen Style steht, wird auch seinen Spaß haben. Ist wahrscheinlich eher an die jüngeren Semester gerichtet. Aber aufgrund des nachher auch hohen Schwierigkeitsgrades, glaube ich, ist es dann gegen Ende hin doch eher ein Erwachsenentitel. Aber mir hat es Bock gebracht. Sackboy, A Big Adventure. Balan Wonderworld für die Playstation 5. Ein richtig oldschooliges Jump'n'Run. Soweit ich mich erinnern kann, kam das bei der Presse absolut nicht an. Hat ziemlich abgestunken, was so die Kritiken angeht. Ich hatte es mir blind bestellt. Einfach aufgrund, weil es von Square Enix ist und alten Jump'n'Run. Der Umfang ist recht groß. Die Story lasse ich mal außen vor. Da habe ich mich auch nicht wirklich mit beschäftigt. Die meisten Zwischensequenzen habe ich natürlich Old Metalhead Gaming Style mäßig weggedrückt. Die Technik wurde kritisiert, dass das Spiel halt so oldschool ist und halt auch nichts Neues macht. Antiquiert ist. Ich hatte trotzdem Spaß mit dem Titel. Man kann innerhalb der ganzen Level zig von Kostümen sammeln, die alle eine andere Funktion haben und einem dann auch entsprechend innerhalb der anderen Levels dann weiterhelfen. Also ich muss in Level 17 das eine Kostüm finden, um dann in Level 3 noch irgendeinen Bereich zu erschließen. Natürlich ist das technisch und optisch jetzt nicht das State of the Art. Ich bin eh nicht so der Grafik-Fetischist. Wenn die Grafik geil ist, freut es mich natürlich. Aber wenn nicht, kann ich da auch mit leben. Es ist ein solides Jump'n'Run, was auch sehr charmant daherkommt. Ich habe an dem Titel nicht viel auszusetzen. Ich würde jetzt zwar keine 80 Euro als Vollpreis dafür latzen, aber wer das Ding für 30, 40 Euro kriegt, der ist da gut mitberaten. Für die PS5, Werewolf, jetzt geht das schon wieder los. The Apocalypse, Earthblood. Das Spiel hatte ich ja schon in meinem Hidden Gems Video präsentiert und daher will ich da nichts zu sagen, außer dass ich damit extrem Spaß hatte. Es ist optisch nichts Neues, spielerisch reißt das Spiel auch keine Bäume aus, aber es ist ein Fun-Titel. Verlinkt das Ding, ansonsten guckt euch nochmal das andere Video an. Für die PS4, Call of Duty Black Ops Cold War. Ich habe es auch auf der PS5 gespielt, musste nochmal 5 Euro glaube ich für ein Upgrade drauflegen, fand ich ziemlich frech. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein absolut solider Call of Duty Shooter, der storytechnisch diesmal auch einiges richtig macht. Es sind ziemlich viele Wendungen in der Story vorhanden, alles super geil präsentiert. Die Singleplayer Kampagne ist natürlich super pompös, bombastisch. Der Multiplayer flutscht wie immer, kann man nichts Negatives gegen sagen, außer natürlich diese ganzen Zukauf-Geschichten, die ich natürlich komplett ignoriere. Also ich muss da nicht 19 Euro für einen Rambo-Charakter ausgeben oder ich weiß nicht 10 Euro für eine neongrüne Kalaschenkopf, das ist mir alles scheißegal. Ich habe trotzdem relativ viel Spaß mit diesem Titel gehabt. Das Ding macht natürlich auch nicht vieles neu, aber es hat einen super psychedelischen Psycho-Level, in dem sich alles verändert. Man Vorgaben kriegt, wie man den Level zu Ende bringen soll, wenn man sich nicht dran hält, passt sich der Level an das Spielverhalten an. Das ist, was Call of Duty Verhältnisse angeht, schon ziemlich neu. Wer alle anderen Call of Duty Teile scheiße findet, der wird mit diesem Titel natürlich auch keinen Spaß haben. Der sollte dann eher wahrscheinlich in Richtung Battlefield gehen oder gar keine Ego-Shooter spielen, ich weiß es nicht. Das Ding rockt und ist halt ein klassisches Call of Duty. Ich glaube, das war's. Ich zähle diesen Ort an. Jetzt mal was ganz anderes. PlayStation 1 in Metal Gear Solid. Dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, weil ich es ja versäumt habe, innerhalb von 21 Jahren Metal Gear Solid durchzuspielen. Schande über mein Haupt. Ich schäme mich jetzt immer noch, dass dieses Spiel nicht in meiner Top 50 die besten Videospiele aller Zeiten ist. Es tut mir leid, aber ich habe das Spiel halt erst nach dem Video gespielt. Ich will hier nicht viel Footage machen, nicht viel zu sagen. Guckt euch einfach das andere Video an. Ist hier oben verlinkt. Etwas seltener auf meinem Channel für den Nintendo Switch, Bowser's Fury. Ich habe zwar einen Nintendo Switch, bin aber hauptsächlich PlayStation 5, PlayStation 4 jünger. Will ich gar nicht bestreiten. Hauptsächlich spielt meine Frau auf dem Switch. Aber so zwischendurch, so Zelda und irgendwelche Mario Titel, die kloppe ich natürlich auch durch. Habe mir jetzt auch Metroid Dread vorbestellt. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber das einzige Spiel, was ich in diesem Jahr auf dem Switch durchgespielt habe, ist Bowser's Fury. Ein richtig cooles Mario Style Jump'n'Run. Ist nicht ganz so groß wie der Haupttitel Super Mario 3D World. Den kannte ich schon, aber es hat richtig Bock gemacht. Ich habe auch wirklich alle Sonnen, alle Sterne eingesammelt, die es zu finden gab. Das Ding sieht super geil aus. Ist natürlich Nintendo Style steuerungstechnisch überall im Erhaben. Also da funktioniert wirklich alles. Und auch die schwierigeren Sachen sind so geil zu steuern. Ich liebe ja auch Nintendo. Ich weiß gar nicht, warum ich so PlayStation abhängig bin. Weil Nintendo ist natürlich qualitätsmäßig immer State of the Art. Also die haben es richtig drauf. Und Bowser's Fury kann ich euch nur empfehlen. Ist ein richtig cooler Titel. Natürlich wieder für die PlayStation 5, Resident Evil Village. Dazu habe ich ja ein Let's Play Video gemacht. Das war natürlich nur die erste Stunde. Jetzt alles durchgezockt, alles gesehen, alles gemacht, alles niedergemetzelt. Ich muss sagen, es ist ein solider Teil, aber in meinem Ranking aller Resident Evil Spiele doch relativ weit unten. Meiner Meinung nach hat man bei dem Teil wirklich zu viel versucht. Das sieht mir so aus, als ob man alle möglichen Käuferschichten ansprechen wollte. Alleine, dass man jetzt irgendwie gesagt hätte, man hätte den Horrorgrad runtergedreht, weil sich zu viele Leute beschwert haben. Ey Mann, Leute, das ist ein Horrortitel. Das wäre so, wenn ich bei FIFA sagen würde, ja, wir nehmen mal den Ball weg, weil die Leute da nicht drauf klarkommen. Das geht einfach nicht. Story-technisch alles extrem überladen. Dieser Level mit diesem Babywurm im Haus und diesen ganzen Puppen, das wurde ja von der Presse super abgefeiert. Fand ich super nervig. Also hat mich nicht geflasht. Hat mich auch nicht gegruselt. Fand ich einfach nur, sah alles kacke aus und nerviger Sound und alles. Hat mich nicht weggehauen. Ansonsten im Dorf, im Schloss. Das ließ sich alles super spielen. Die Mechanik ist natürlich auch für Resident Evil Verhältnisse relativ flutschig geworden. Aber es kommt natürlich vorne und hinten nicht an Resident Evil 4 oder Code Veronica oder die ersten drei Teile ran. Da fand ich sogar noch Resident Evil Zero und die Revelations Teile besser. Das heißt sogar, die sind ja auch nicht schlecht. Also das ist ein ordentlicher Resident Evil Titel, aber man darf wirklich nicht zu viel erwarten. Und ich habe eigentlich jedes Resident Evil mindestens zwei bis drei Mal durchgespielt. Teil 4 wahrscheinlich auch schon 15 Mal, aber das wird mir mit diesem Teil definitiv nicht passieren. Trotzdem habe ich es durchgespielt. Resident Evil Village. Für die Playstation 4, Biomutant. Ist ja schon relativ lange in der Presse gewesen, wurde immer wieder angekündigt von THQ Nordic. Kam dann aber irgendwie nie raus und irgendwie hatte ich es auch schon ein bisschen vom Radar verloren. Aber jetzt war es auf einmal da und ich hatte es dann auch einfach sofort gekauft, weil ich auch gar keine Zeit hatte, da irgendwelche Tests zu lesen und ich brauchte was zu zocken. Ist ein Open World. Erinnert natürlich so ein bisschen aufgrund der postapokalyptischen Stimmung an Horizon Zero Dawn. Ist von einem relativ kleinen Entwicklerstudio. Ich meine irgendwas gelesen zu haben, dass da 21 Leute dran gewurschtelt haben. Und dafür ist das eigentlich ein relativ solider großer Titel. Wenn man das mit Horizon Zero Dawn vergleicht, natürlich nicht. Es ist ein spaßiges Ding. Diese ganze Upgrade-Geschichte und Mutantengeschichte funktioniert richtig gut. Die Story ist amüsant. Hier und da ist natürlich Open World technisch auch die Wiederholung des anderen. Also eine Mission gleicht da schon dem nächsten. Aber wer in einem kleinen Entwicklerstudio mal eine Chance geben will und Zeit für einen Open World Titel hat, der sollte das unbedingt mal ausschecken. Mir hat es Spaß gemacht. Biomutant. So, den nächsten Titel kann ich euch nicht physisch zeigen. Den gibt es nur als Download für die PS4. Es gibt zwar einen Release für die Playstation 3, aber den habe ich auch gar nicht. Ich habe ja auch die Playstation 4 Version gespielt. In diesem Falle geht es um Strider. Ja, Strider. Strider war glaube ich mal umsonst im PSN-Store. Ich hatte das dann einfach angeklickt, wie ich das jeden Monat mache. Ich klicke die Games einfach alle an, haue die in meine Bibliothek und kümmere mich dann nicht weiter darum. Hier und da, wenn ich dann mal Langeweile habe, lade ich mir mal irgendeinen Titel runter und gucke mir den an. Hatte ich auch bei Strider gemacht, habe ich irgendwie einen halben Level gespielt und gelöscht. Letztens wieder Langeweile gehabt, habe ich mir den Titel nochmal runtergeladen. So einer bin ich dann ja auch nicht, wenn ich merke, dass das Spiel eventuell Potenzial hätte. Ich vielleicht aber auch nicht in der richtigen Verfassung zu dem Zeitpunkt war. Also Strider runtergeladen und innerhalb von einem Tag durchgerubbt. Ein super geiles Metroidvania mit ziemlich viel Geschnetzel und Gehackel. Hat natürlich die ganzen klassischen Elemente wie die Map abgrasen nach irgendwelchen Rüstungs- und Waffen-Upgrades. Jetzt respawnen die Gegner, wenn man aus dem Raum rausgeht und wieder reingeht. Das Spiel wurde von der Presse glaube ich ziemlich abgewatscht. Kam nicht so gut an, weil die Steuerung wohl ziemlich hektisch ist, die Sprungpassagen ungenau sind. Kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich habe das Spiel auf dem untersten Schwierigkeitsgrad gespielt, war dafür schon relativ bockschwierig. Habe es aber alles hingekriegt und ich bin wie gesagt auch nicht der Super-Styler, was das Gaming angeht. Wenn ich das hinkriege, kann das so schlecht von der Steuerung nicht gewesen sein. Gefühlt 20 Endbosse und ich glaube das war nicht nur gefühlt, das war noch irgendwie so um die 20 Endbosse, die alle in eine eigene Taktik brauchten, die man dann niederringen musste. Der letzte Endgegner war dann irgendwie dann doch der einfachste vom ganzen Game. Nichtsdestotrotz, wer auf Metroidvania steht, der sollte das mal angucken. Richtig geiler Titel, Strider. Ratchet & Clank Rift Apart für die Playstation 5. Mann, was habe ich mich auf das Teil gefreut. Das war mein absoluter Pflichttitel für die Playstation 5. Ich hatte den dann auch gleich vorbestellt, als die Playstation 5 da war. Und dann hieß es noch irgendwie, das würde im Dezember 2021 kommen. Da habe ich noch gedacht, was soll das denn? Aber nun ist es ja im Juni gekommen und ich habe es innerhalb von drei Tagen durchgespielt und platiniert. Wer auf sowas Bock hat, Platin-Trophäen, dem sei dieses Spiel ans Herz gelegt, weil man kann es nahezu in einem Spieldurchlauf platinieren. Man muss zwar nochmal eben kurz einen zweiten starten, aber dann hat man die Platin auch schon. Es gibt zwei verpassbare Trophäen, da solltet ihr euch dann vorher schlau machen. Nicht, dass ihr da unnötig nicht weiterkommt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es 100.000 Mal besser ist als alle anderen Titel, die wir bis jetzt hatten. Es ist ein solider Ratchet- und Clank-Titel, der genauso viel Bock bringt wie die anderen Titel. Ich fand aber auch alle anderen Ratchet- und Clank-Titel geil. Ich finde das einfach cool, durch die Gegendrennen, Bowls aufsammeln, meine Waffen upgraden mit allen möglichen kuriosen Schabernack, die Gegner niedermetzeln. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Befürchtung, diese ganze Dimensionsfalten-Geschichte würde mich da optisch oder spielerisch überfordern. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Das wird eher als Tech-Demo extrem ausgereizt und innerhalb der Level dann eher reduziert benutzt und wird wirklich nicht überstrapaziert. Es werden neue Charaktere eingeführt wie Rivet und Kit, die sich auch super integrieren, passen da richtig geil rein. Die ganze Story ist natürlich Ratchet- und Clank-like komplett übertrieben. Wenn man den Humor nicht macht, auch ein bisschen kindisch. Star sind natürlich wieder die ganzen Waffen, die man upgraden kann bis zum Exzess, die ganze Ausrüstung, die man sammeln kann. Man kann innerhalb der Level natürlich wieder die obligatorischen Bolts sammeln oder irgendwelche Spion-Bots. Die Sammeleien halten sich aber auch in Grenzen. Das wird nicht so ausgereizt wie in den Open-World-Spielen. Man hat das relativ schnell zusammengesammelt. Und wenn man das Spiel dann durch hat, kann man auch noch zusätzliche Omega-Waffen kaufen beim Händler, um das Spiel nochmal irgendwie beim zweiten Durchlauf interessanter zu machen. Technisch, optisch, charaktertechnisch hat mich dieses Ding wirklich mitgenommen. Ich bin Ratchet & Clank-Fan und werde das auch immer bleiben. Und das war der würdige Abschluss für das erste Halbjahr 2021. Ratchet & Clank Rift Apart. So, zum Abschluss gibt es ja immer ein Bierchen. Heute gibt es nichts Extravagantes. Heute gibt es ein Feltins. Aber das Besondere an dieser Folge ist, ihr seid jetzt Zeuge, wie ich 6,4 Millionen gewinne. Weil hier unter den Deckeln ist ein Gewinncode. Und den werde ich jetzt natürlich... Oder ein Auto würde mir auch reichen. Ist mir scheißegal. Meinetwegen auch 100.000 Euro. Komm, gib her, Feltins. Also das Bier brauche ich euch ja nicht mehr vorstellen. Das kennt wahrscheinlich jeder. Ich bin zwar Werder-Fan, aber da darf man ja Schalke-Bier eigentlich nicht trinken. Aber ich finde, das schmeckt ganz gut. Also... Achso. Ah, scheiße. Kein Gewinn. Naja. Haut rein. Prost. Prost.